Wie sieht es mit der Lage auf dem Mount Chiliad aus? Ich habe einen Medic-Heddy angefordert, die soll hierher kommen dann. Der ist doch oben auf dem Dach, der steht doch da oben. Ja, ich wollte den Medic mal auf dem Dach runter. Da haben wir auf dem Mund Fahrzeuge abgeblasen. Da wird keine Offroad-Fahrzeuge an. Die haben da wohl einen Flugzeugabsturz, da müssen wir uns...